Hier übt man so diese negativen Exponenten ganz gut und gleichzeitig haben wir Brüche und müssen die irgendwie in den Griff kriegen. Da gibt es mehr Möglichkeiten, wenn ich sowas habe, zum Beispiel x hoch 2, x hoch minus 3. Also man könnte sich vorstellen, da ist ein Minus, also hüpft er hoch. Also habe ich einfach x hoch 2 mal x hoch 3, weil x, machen wir ein anderes Ding, z hoch minus 1 gleich 1 durch z hoch 1. Also das Minus schmeißt es immer runter. Man kann auch diese gleiche Situation sich anders vorstellen, x hoch 2 durch x hoch minus 3. Das ist ja so ein Bruch, das heißt es ist x hoch 2 minus minus 3 und dann ist das x hoch 5. Das gleiche, was ich jetzt auch da oben habe, also es kommt immer das gleiche raus. Ich habe hier die Potenzgesetze mit einem Bruch einfach stur angewendet. Der obere Exponent minus dem unteren Exponent und die Vorzeichen richtig gemacht, dann kommt es raus. So und diese zwei Möglichkeiten habe ich jetzt auch hier. Ich habe dieses Minus 1 und hier habe ich ein gedachtes 1, a hoch 1, auch Minus 1. Das mache ich mal zuerst, dann habe ich hier, dann springt der runter und ich habe hier a hoch 2. So wie Quadranten und Rest schreibe ich ab. Ah, das c, genau. c hoch minus 2, dann schreibe ich das oben hin. c hoch 2. Also so, ja, Minus heißt es springt. Ja, und das springt. Oder man macht es stur, man schreibt da eben hin, oben a hoch minus 1, Minus 1 ist a hoch minus 2 im Zähler. Können wir jetzt, ja, das hier so in den Zähler machen, aber das verwirrt jetzt, das tun wir weg. Ja, und dann bleibt natürlich noch ein Minus 3. Gut, und dieses Minus von diesem Minus 3, das dreht hier einfach Zähler und Nenner. Also jetzt nochmal so eine Bemerkung. 7 Viertel in Klammern hoch minus 1 ist 4 Siebtel. Weil das ist ja 7 hoch minus 1 durch 4 hoch minus 1. Der 4er geht hoch, ja, der 7er geht runter, hoch 1, hoch 1, also 4 Siebtel. Gut, dann mache ich das. Ist gleich. Dann habe ich 3 a Quadrat, 2 b Quadrat, c Quadrat, rom, rom, hoch 3. Ich habe einfach Zähler und Nenner vertauscht und habe jetzt hier ein plus 3 statt ein minus 3. Und diesen 3er, den wende ich jetzt dieses hoch 3 auf alles einzeln an. Ich brauche kein Binom, weil das alles mal ist, weil ich kein Plus habe. Deswegen geht das sehr einfach. Also 3 hoch 3, ich schreibe es mal hin, das ist 27, aber schon. a hoch 2, mal ausführlich, hoch 3, 2 hoch 3, b hoch 2 hoch 3, c hoch 2 hoch 3. Ist gleich. Und hier wird multipliziert, also 3 auf 3 ist 27 und das ist dann eben a hoch 6. Das ist mal gesetzt. Dann noch 2 mal 2 mal 2, das heißt 8, b hoch 6, c hoch 6 und das war's. Und hier wird dann auch 6, b hoch 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 3, b hoch 6, b hoch 6, b hoch 6, b hoch 7. Vielen Dank.